Sie schlummern noch bedächtig auf den weiten Wiesen. Bevor sie sich erheben, die bunten, sanften Riesen. Und jeder weiß, was gleich geschieht. Das wird wunderschön. Man wartet nur noch, bis die Winde wieder günstig schwingt. Und an die Brennern, sie erklingen wie im Chor. Und in den Hüllen steigt die heiße Luft empor. Die Erwartungen sind dabei riesengroß. Noch sind die Seile festgespannt, doch gleich geht's los. Und wir steigen wieder mal in den Ballon. Und wir heben ab, der Wind drängt uns davon. Es geht hoch und drüber bis zum Himmelszentrum. Diese Freiheit zu erfahren, ist unsere Welt. Und alle schauen, als wär am Himmel ein Juwel. Ja, das einzig Wahre ist die Berlussee. Ja, das einzig Wahre ist die Berlussee. Es ist was Ungerbares, sowas zu erleben. Wenn langsam sich vom Norden in die Ballons erheben. Und die Figuren, die wir sehen, die sind einfach toll. Besonders dieses rote Herz, das Kinder bieten soll. Und wenn am Abend die Night-Glow-Show beginnt. Und wir vom Feuerwerk begeistert sind. Dann sagen wir, bevor wir gehen. Dem Ballon-Sail-Team ein Dankeschön. Und wir steigen wieder mal in den Ballon. Und wir heben ab, der Wind drängt uns davon. Es geht hoch und klar bis zum Himmelszelt. Diese Freiheit zu erfahren, ist unsere Welt. Und alle schauen, als wär am Himmel ein Juwel. Ja, das einzig Wahre ist die Berlussee. Ja, das einzig Wahre ist die Berlussee. Berlussee. Ja, die Berlussee und schönen Tag an den DJ. Schönen Dank. Viel Spaß, viel Spaß auf dem Norder. Und viel, viel Spaß mit der Ballon-Sail. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018